So, wir sind dabei hier, diese Machtmission hier zu machen. Okay. Auch das berühmte Schwarze. Warst du da? Habe ich deine Brüder getötet? Gewaltläufer, entzündet das Läuftfeuer! Das ist der Klag meiner Urungs, die kommen um dich zu Ende. Okay. Wir werden... Nie und nimmer! Uns alle kannst du nicht besiegen, Tarkt! Ich bin nicht bescheidet. Ich bin nicht bescheidet. Ich bin nicht bescheidet. ich verkehr das was meine beförderung steht jetzt nichts mehr ja 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 solange dieser fluch auf uns lastet und wir aneinander gebunden sind werden wir gemeinsam in mordor schrecken verbreiten die schwäche der menschen auf ihre macht ihren zorn und ihren hunger nach rum all diese wege macht er sich zu nutzen wir müssen vorsichtig sein denn wir dürfen durch unser vorhaben ihn zu vernichten nicht zu seinen dienen werden schleicht er immer doch mehr ja tammuz meinst ist schärfer Was ist das? Ein Kaffee? Menschendreck! Dafür peinche ich dir die Hau den Fetzen! So, da bist du wohl! Ja, was ist jetzt hier? So, da bist du wohl. So, da bist du schon! So, da bist du jetzt? Das war's. Ja. Bitte, wo willst du mich lachen? Ich möchte mich da an den Angelegenheit hier, die ich nichts angehen. Nein, ich nicht. Hey! Du auch hier? Ja. 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 Nein! und gar nicht ich kann doch nicht einmal und und singen Oh 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 You Oh Oh Ja, ja, ja. Oh A 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 Das war's ja. Scheiße. Das hat viel zu viel. Ich bin so klug für diesen Trick. Ich bin so klug für diesen Trick. Yes. Gute Taktik. Dein Tod ist der Preis für jeden deiner Sklaven. Gute Nacht. Okay. 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 Nächster. Okay. 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 In den Dreck, Male. Menschendreck. Wie schnell kannst du rennen. Beim letzten Mal bist du ja recht schnell abgezischt. Zeug dir ab! Zeug dir ab! Zeug dir ab! Zeug dir ab! Okay. Es sind zu viele. Es war schon. Was hältst du von unseren neuen Anführern? Aus dem Werdigen ist er ganz schlau, aber er sieht zäher aus als der Alte. Wir werden sehen wie stark er ist, wenn er uns in die Schlacht führt. Der Heil sagte, er hätte in den Totensümpfen Geister gesehen. Ich glaubte, er sah nur seine eigenen. Die schlaflosen Toten, die Schattenmenschen, die Verstorbenen, Mordor ruft sie alle. Na gut, gehen wir einfach weiter, machen wir das nicht jetzt. Aber na gut, das in der nächsten Folge. Bis dann, haut rein, macht's gut, ciao.